First of all, what do you think is special about this show? What makes the performance important to you personally? Was soll das Publikum idealerweise aus der Aufführung mitnehmen? Postkarten? I can't do that. Social about relationship. Circus and dance and storytelling. And it's really been growing with us. Charakteristisch für das Stück Raven ist, dass wir unsere persönliche Geschichte mit Mitteln des Zeigtenessischen Zirkus erzählen. Das ist ganz minimalistisch, es ist aber dann doch so viel. We mix different techniques to tell a story without saying a single word. Charakteristisch wie eine Kraft. Liebesfreude. Persönlichkeit, so so. Das Besondere an dem Stück ist für mich, dass wir einen Teil unserer eigenen Geschichte erzählen können. Aufstrahlung. Der Beleid. Das Stück funktioniert eigentlich eher auf einer emotionalen Ebene. Es ist ein Weg für mich, dass ich mich selbst in der most powerfulle Weise, die ich kann, dass es auf der Stelle. Das ist alles autobiografisch, also basiert auf unserer Leben. Wir sind mit persönlichen Fragen, was die Reaktionen funktionieren. Die Schenke! Die Sonne! Wir wünschen uns, dass das Publikum in irgendeiner Art und Weise berührt ist von Raven und über das Thema ins Gespräch kommt. Ich hoffe, dass sie sich selbst mit ihrer Leben und was sie durchgeführt haben. Es ist, glaube ich, schon ein Anliegen, wenn wir es schaffen würden, die Leute zu berühren. Das ist ein Anliegen. Das ist eine Anliegen. Das ist eine Anliegen. Es ist ein Anliegen. Das ist ein Anliegen. Und ich bin sicher, dass du es. Das ist ein Anliegen. 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 Vielen Dank.